Mein Vortrag habe ich genannt Emils Welt und die Idee, warum ich den so genannt habe, hat, ich habe Ihnen ja meinen Enkel vorgestellt, also hier noch einmal, er ist letztes Jahr geboren worden und Wandel ist eigentlich das große Thema auch gewesen bei Corona, also jeder von uns hat seine Corona-Geschichte und was vielleicht in dem Zusammenhang auch spannend ist, ist, man könnte jetzt denken, oh, das Coronavirus ist ja irgendwie per Zufall gekommen, aber wenn man sich detaillierter mit der Thematik auseinandersetzt, merkt man, dass durchaus der Druck, den wir zum Beispiel auf die Ressourcen ausüben, also dadurch, dass zum Beispiel immer mehr Regenwald abgeholzt wird, der führt dazu, dass immer mehr auch exotische Tiere in den unmittelbaren Kontakt mit dem Menschen kommen, es bilden sich dann sogenannte Zoonosen und das ist nicht irgendeine wilde Theorie, sondern schauen Sie sich das hier an, es gibt eine Studie der Harvard University, die genau das bestätigt, also wenn man sie im Detail liest, dann ist eben die Rede davon, dass loss of habitat forces animals to migrate, also der Verlust, wenn man so will, des Lebensraums und das ist ja etwas, was wir alle ganz praktisch kennen, also durch die Rodung kommen wir dazu und wir sehen im Grunde genommen, dass dann Tiere, also diese Fotos hier habe ich gemacht und hier sieht man zum Beispiel Flughunde, die dann gefangen werden, also das ist im Grunde genommen genau der kritische Punkt und jetzt kommt eine letzte Frage in diesem ersten Block und diese Frage interessiert besonders, denn während der Pandemie haben wir ja viele Dinge gelernt und jetzt ist meine Frage an Sie, was wird nach der Pandemie passieren, geht es zurück zu ein paar wenigen Veränderungen oder sagen Sie, nein, nein, der Veränderungsprozess wird sich massiv fortsetzen und ich glaube, ohne das groß zu erläutern, sieht man eben hier auch, dass doch die große Mehrheit sagt, es wird nicht mehr zurück zum alten Modell, zum Business as usual geben, sondern da gibt es einen Veränderungsprozess, der sich fortsetzt und das deckt sich völlig, eigentlich auch mit meiner Einschätzung, mit der Einschätzung vieler anderer und letztes Jahr passierte Folgendes, auf einen Schlag war es so, dass alle Vorträge gecancelt wurden aus gutem Grund, weil wir natürlich nicht alle dicht beieinander sein können, aufgrund der Ansteckungsgefahr, also die Vorträge wurden gecancelt, aber für mich war es so, dass ich dann mir ein Studio gebaut habe und Max Little hat Folgendes gemacht und jetzt machen Sie sich das klar, er nutzt nämlich den Sensor des Smartphones, also jeder von uns hat ein Smartphone, da ist ein Beschleunigungssensor drin und auf die Art und Weise kann man beim Gang das Auf und Ab messen und mit Hilfe von Algorithmen auswerten. Also bei Greta Thunberg käme ich sofort in die Hölle und das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Und wenn man sich das mal so verdeutlicht, ein konkretes Beispiel, wenn man zum Beispiel von Frankfurt in Silicon Valley, also nach San Francisco fliegt und wieder zurückkommt, dann hat man etwa 1,6 Tonnen CO2 produziert und das ist mehr als der Durchschnittsbürger in 71 Ländern im gesamten Jahr in die Umwelt pustet. Also in anderen Worten, wenn man ganz ehrlich ist, mein Lebenswandel ist alles andere als nachhaltig und normalerweise in diesen großen chinesischen Städten ist die Luft katastrophal, also der Air Quality Index, wie man so schön sagt, der ist miserabel. Wie soll das weitergehen? Und das ist eine Frage, die ich nochmal an Sie habe, bevor ich darauf eingehe, denn wir haben alle gelernt, es gibt heute die Möglichkeit, Homeoffice zu machen und es gibt einige Unternehmen, die sagen, oh, das ist praktisch, das werden wir auch in Zukunft machen. Schnappen Sie sich nochmal Ihr Smartphone, denn meine Frage, nachdem wir hier gesehen haben, dass die Veränderungen dramatisch sein werden, meine Frage an Sie ist, wie schätzen Sie das in Zukunft ein im Verhältnis, also Büro auf der einen Seite, Homeoffice oder Arbeit von zu Hause auf der anderen Seite, wie ist das Verhältnis? Und das, was ich hier sehe, ist so ein 50-50, also man wird nicht nur zu Hause arbeiten, aber eben auch nicht mehr im Büro, sondern da merkt man nach und nach, dass doch der Trend dahin geht, dass im Grunde genommen ein Gemisch, wenn man so will, ein New Work auftaucht. In den USA zum Beispiel im letzten Jahr stieg der Anteil bei Online um 32 Prozent. Wir sind da in einer Umbruchphase und man kann sich nun fragen, was ist die Zukunft der Städte? Also das ist nicht das Ende der Fahnenstange, denn man kann das Ganze noch viel weiter treiben. Und auch dazu ein Beispiel, denn es geht ja heute darum, im Kontext der künstlichen Intelligenz, dass man nicht nur zum Beispiel Moleküle hochgenau berechnen kann. Ich zeige Ihnen hier einfach mal etwas wirklich Unglaubliches, bei dem man bestimmte Proteinketten mit Hilfe der künstlichen Intelligenz in ihrer Faltung bestimmen kann. Das ist insofern wichtig, dass hier sind Daten von dem Coronavirus. Aber mit dem Computer kann man nun anfangen, tatsächlich Medikamente zu entwickeln. Und das ist natürlich etwas, was die Medizin revolutioniert. Und wenn wir die verarbeiten, können wir in einigen Jahren mit einer doch sehr großen Zuverlässigkeit abschätzen, wie alt du wirst. Und Sie können jetzt Ihre Fragen stellen. Ich starte mal mit einer Frage. Du hast zu Beginn, Ranga, die Umfrage gemacht. Wird sich nach Corona dauerhaft was verändern? Oder fallen wir zurück in die alten Verhaltensweisen? Und die meisten haben gesagt, es wird sich dauerhaft was verändern. Was die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz angeht, bin ich persönlich ehrlich gesagt etwas skeptisch, weil man ja jetzt beobachtet, dass wir nicht mal dort CO2-Emissionen vermeiden, wo es uns nicht wehtut. Ich denke daran, dass Städte nachts noch beleuchtet sind. Ich denke an Heizpilze draußen, statt die Leute sich reinsetzen. Das ist ja schon eine gewisse Perversion. Werden Heizpilze aufgebaut? Also auch in Bereichen, wo Veränderungen gar nicht wehtun, beobachte ich sehr wenig Veränderungen in Richtung Klimaschutz. Das macht mich so ein bisschen skeptisch. Woher nimmst du deinen Optimismus, dass die Menschen doch bereit sind zu sagen, Mensch, während Corona ging es doch mit weniger Reisen. Wir tun jetzt was, was auch für die Nachhaltigkeit gut ist. Bis zum nächsten Mal.